Wohmbau-Zirkus-Kreimbruch-Schule Erster Zirkus-Tag für euch? Ja Was meinst du? Ich bin sehr aufgeregt, aber ich glaube ich schaffe das Du schaffst das, okay Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt den ganzen Tag trainiert Viel Zeit hatten wir nicht, für jeden Workshop eine Stunde Was zeigst du? Also ich sage dazu, wir haben bestimmt viel Glück und viel Spaß Okay, und was zeigst du so? Ich zeige einmal so ein Brett, darunter so eine Rolle Und dann mache ich mit dem Arm so, dann drehe ich das über so einen Ring Wunderbar, und du meinst, das machst du locker, ja? Ja Gut, und was zeigst du noch? Ich tanze auf dem Seil und dann noch mit verbundenen Augen Mit verbundenen Augen? Und mit einem Tuch Und mit einem Tuch Hört, hört, seht an, also hier ist eine ganze Menge im Köcher Und nachher vor den Eltern werden wir hier alles geben, oder Jungs? Und Mädels? Ja! Sauber! Okay, wollen wir einmal eine Welle machen? Ja! Na, na, na. 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 Na, na.